Wir wurden nicht vertrieben, nein. Wir waren ja in einem besetzten, fremden Land. Wir sind keine Vertriebenen. Da wird viel Geschichtsklitterung getrieben. Nein, wir sind umgesiedelt worden aus dem Baltikum nach Polen. Und das mit einer guten Formulierung war eine diktierte Option. Aber es war eine Option, die sozusagen von den Deutschen im Baltikum auch akzeptiert worden ist. Ich sagte schon, die Motive. Natürlich nationalsozialistische Ideologie heim ins Reich, aber eben auch die berechtigte Sorge vor der Verfolgung in der Sowjetunion. Die paar, die da geblieben sind, es waren einige, aber ganz wenige, wurden dann auch in der Regel verschleppt, wie ja die Esten und Letten auch zu Tausenden in die damalige Sowjetunion verschleppt worden sind. Die erste Generation der Deutsch-Balden nach dem Krieg hat sich dann dem damaligen Verband der Vertriebenen angeschlossen. Auch übrigens aus ganz praktischen Gründen, die Wiedergutmachung bzw. der Lastenausgleich und die sozialen Fragen, Rentenansprüche, das wurde eben über diesen Verband unterstützt. Aber es war auch damals eine falsche Ideologie, denn diese Mär, die Deutsch-Balden wären Vertriebene, hielt sich natürlich bei vielen. Da war das Bewusstsein noch nicht dafür da, dass die Deutsch-Balden, die Polen und Juden mitvertrieben haben. Sie waren nicht dafür verantwortlich, aber sie haben sie eben faktisch mitvertrieben, indem sie im sogenannten Wartegau in polnischen Wohnungen lebten, in polnische Geschäfte betrieben, wie mein Vater auch, oder auf polnischen Höfen ihrer Landwirtschaft betrieben. Denn die Deutsch-Balden, die dann umgesiedelt wurden durch das Dritte Reich, wurden auch mit dem Versprechen gelockt, dass sie sozusagen in ihre alte Vermögen wieder eingesetzt werden. Und dieses Vermögen, in das sie eingesetzt wurden, war polnisches Vermögen oder jüdisches Vermögen. Nein, sie sind aus dem sogenannten Wartegau geflohen vor der Roten Armee. Vielleicht um dieses Thema jetzt abzuschließen, habe ich noch eine letzte Frage. Welche Bedeutung hat das für Sie, in Ihre, ich sag mal, alte Heimat zurückzukehren ab und zu? Nein, ja, ja, ab und zu, natürlich. Nein, die Deutsch-Balden stellen keine Restitutionsansprüche. Es macht da auch wenig Sinn, denn Heimat ist ja nicht nur eine Landschaft, sondern Heimat sind die Menschen und die sind eben nicht mehr da. Ja, ich bin sehr gern im Baltikum und habe da viele Kontakte und jetzt in meiner Funktion natürlich besonders. Ich liebe die Landschaft, ich liebe die Ostsee, ich liebe die alten Städte. Das sind ja, wenn man nach Rewa, Tallinn kommt, nach Riga kommt, das sind ja alte deutsche Hansestädte und die haben ihren Charakter, also ihren architektonischen Charakter erhalten. Und es gibt viele große Kunst im Baltikum, die eben auch zurückgeht auf deutsche Wurzeln. Also die Beziehungen zwischen Lübeck und Rewa zum Beispiel waren sehr eng. Lübisches Recht, aber auch Architektur, Malerei, die geschnitzten Altäre, Orgelbauer. Also es gab sehr viele solche kulturellen Beziehungen ins Baltikum hinein und ich bin gern dort und fühle mich dort auch wohl.